Ich glaube in der Gruppe der Menschen, die bislang sich nicht haben impfen lassen, die also die letzten zehn Monate oder fast schon ein Jahr sich nicht haben überzeugen lassen, die zögern, dass da doch einen gewissen Bereich gibt, eine gewisse Gruppe von Menschen darunter, die dann sagen, wenn es eine Pflicht gibt, ja dann mache ich es. Vielen Dank.